Ich bin auf der Suche nach Künstlern und nach spirituellen Entertainern. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die andere Menschen begeistern können. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die von der Zukunft kommen und einfach anders ticken als die Norm. Ich suche Menschen, die Bock haben mit Arm und Black. In Mallorca 2017 eine spektakuläre Weltbürgerparty zu veranstalten. Die erste offizielle Independent-Weltbürgerparty von diesem Planeten. Wir leben gemeinsam einer richtig fetten Finca. Alles ist da, was das Herz begehrt und nach klar die Seele. Und wir diskutieren und bereiten das spektakulärste Event aller Zeiten vor. Bis zum nächsten Mal.